Hello, hello und willkommen zu einer neuen Folge Mikro Battle und Tobs und Ronny sitzen gerade bei der Blumen da vorne und falls ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, rechts oben beim i ausstecken, das ist hier so ein richtig großes Haus und es gibt halt immer einen Sucher und die anderen drei sind Ant-Mans, sicher, und die anderen drei verstecken sich hier so, zum Beispiel die sind so klein wie so richtige Mäuse, die können hier zum Beispiel so wie Tobs gerade in die Löcher hochgehen und so. Und ja, okay, hier sind wir jetzt hier als Ant-Mans und dort ist der Julian, hi Julian, hi Julian muss jetzt bis 5 zum zählen und dann losgehen oder so, okay? Ey Julian, ich weiß auch damals bei Camo Battle, wo du auch gezählt hast und dann hast du irgendwie zwischen dich, weißt du was? Darf ich vergessen, wie man zählt? Okay, okay, ey, wo seid ihr denn? Hier. Wo seid ihr unterwegs? Wir sollten uns mal irgendwie, mit dem Flatscreen, jo mei, ja da kam der ja rein, gell, in diesen Pfosten hier, das ist richtig geil, du kommst immer hoch. Kommen wir gleich. Das ist crazy. Au! Kann man hier irgendwie bei der Heizung hoch, beim Bücherregal, das sieht aus, als ob da kein Eingang sein sollte, oder ne? 13, 14, 15. Ich bin mir nicht ganz klar, aber kannst du... Oh, warte mal. Freunde, ich komme. Ich komme. Okay, okay, okay. Oh, das ist richtig schwer als Sucher. Das ist super schwer als Sucher. Das ist super schwer als Sucher. Ähm. Ich glaube, wir müssen höher. Genau, okay. Ich weiß, es gibt hier schon Dings. Ja, ja, ja. Der hat ja den Kühlschrank einfach. Oh mein Gott. Das ist super. Ey, das ist richtig mies. Ah, hier, Dings, Billardbälle hier. Lila, grün, rot. Billardbälle? Ja. Ähm. Äh. Oh, nein. Oh, oh. Da rennt er noch, da rennt er noch, da rennt er noch. Äh. Oh, oh. Oh, er legt, er legt, er legt. Ey, geh mal, geh mal. Oh, der, geh mal hier. So bist du. Äh. Hat Julian den Effekt? Hat Julian den Effekt? Oh, ich hab Tops gleich, oder? Wo seid ihr? Den OP-Effekt, den wir brauchen, damit wir damage machen. Oh, warte mal, den kann ich hier mal machen. Äh. Warte, ich brauch Damage. Als hätte ich Tops gebraucht. Ey, mach mal so. Unions 1 ist so gut wie. Okay. Wo seid ihr? Woooops. Woopst. 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 Ey, Tops, ein bisschen. Tops, Tops, Tops. Ey, das ist richtig schwer. Oh. Oh, Tops. Ah. Oh, Tops tot. Okay. Schleck's hier auch in der Ecke. Oh nein. Ich bin nicht ganz gefallen. Oh nein, Tops. Ich schaff's. Du musst ganz innen, Ronja. Ganz innen muss das. Ich wollte auch den OP-Effekt. Äh, nein, kriegst du aber nicht, Tops. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ähm, warte mal. So, zack, zack, zack. Nein, hast du nicht, Tops. Wenn du mir schön hast. Okay, Tops, du hast. Okay, okay, okay. Okay. Klooi. So, an Niemand kann ich unter Kaut trinken. Hallo? Äh, wo sind sie? Oh, ich wurde gesappt. Oh, ich wurde gesappt. Oh, mich hat der elektrische Taunck gerade gesappt. Oh mein Gott, ich hab gerade mein Manöver... Psst. Ronja! Okay, Tops. Ronja! Jeder Steam-Up-Check und Tops. Ja. Ronja! Wiesst du was? Ich hab die Waffe auf Toilette. Ich glaub... Okay, Ronja, komm. Komm zum Geheimort. Oh nein, im Geheimgang sind noch Leute. Oh nein, das ist nicht gut. Code Rot! Geheimgang? 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 Ich geh mal zu Operation Spongebob. Code Dunkel Rot. Oh, ich hab Code Gelb. Code Grün? Gelb, Grün? Ich komme zum vereinbarten Treffen. In 5... 4... Nein! Komm zur Dropzone! Siehst du mich? Da ist einer! Da ist einer! Da ist einer! Ich bin geachtet worden! Nein! Oh nein! Okay, ganz ruhig. Oh nein. Ähm... Äh... Ronja, ich bin nicht bei unserem vereinbarten Ort. Das ist negativ. Ach, der ist Blut. Wo hast du... Die Frage ist, wo ist der vereinbarte Ort? Warte, er ist beim Auto. Nein! Ronja, sag das doch nicht! Snitch! Aber du wirst mich nicht finden. Ey... Wisst ihr, man kann unterm Auto bei der Achse hier irgendwo rein in so einen Auspuff. Hallo! Was? Du wirst mich nicht finden, Tops! Es ist ja unmöglich! Hä? Wo... Wieso? Da ist er! Da war... Irgendwo Fahrer da! Wo Fahrer? Oh mein Gott! Ihr kommt hier nicht durch! Ihr seid zu dick! Oh mein Gott! Okay, andere Seite! Andere Seite! Plan B! Plan B! Plan B! Ich werde mich finden! Ich stehe den Weg ab! Okay! Okay, ich bin woanders! Es ist nicht mehr drinnen! Oh oh! Spongebob? Spongebob vielleicht? Spongebob auch nicht! Spongebob auch nicht! Ah! Patrick! Oh mein Gott nein! Oh ist es Patrick? Oh mein Gott! Bei dir runter! Bei dir runter! Oh mein Gott! Nein! 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 Kann ich eigentlich? Ja! Zwei ohne die Kuh überlistet! Nice! Okay! Okay! Ich bin nicht da! Okay! Ich kann den Gang von oben abchecken! Ich werde jetzt glaube ich... Oh! Okay! Da war keiner ganz in der Nähe von mir! Okay! Ihr streut mich ja richtig aus! Das ist richtig unfair! Warte mal! Ich werde jetzt aufhören zu sprinten! Okay! Damit ihr schwer habt! Oh! Oh! Ganz ruhig! Ich kann mal unter... Ne! Kann man nicht unten drunter! Oh! Ich habe das Gefühl! Das ist der schlechte Lage wo ich gerade bin! Oh! Kann man hier in den Mülltonner rein? Oh ne! Warte! Hier unten ist noch ein Ding! Oh mein Gott! Ich werde mich im Leben nie finden! Wenn ich hier bleib! Alter! Ich kann mal einfach rein! Oh! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ist er da drinnen? Ich glaube der ist da drinnen! Hier unten drinnen! Glaubst du? Wo 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 wo? Ich glaube schon! Ich glaube hier drinnen ist er! Okay! Guck mal! Wer ist denn das hier? Ähm! Tops nick gerade! Jetzt nickt er nicht mehr! Äh! Ronja steht gerade rum! Guck gerade! Äh! Wo bist du? Er scheint an einem erhobenden Ort zu sein! Da oben ist er! Da oben ist er im Balkon gestanden! Am Balkon! Am Balkon! Irgendwo Balkon! Es war am Instant Double! Okay Ronja bleib du unten! Oh mein Gott! Wir rushen weg! Okay wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo du mich getötet hast! Oh mein Gott! Alter wo ich gerade bin! Er ist woanders hin! Alter hier! Warte ich nicht finden! Oh boy! Tops! Boost! Ich glaube nicht dass er... Ich glaube das hier irgendwo anders! Loll! Ich bin da am Haus oben! Loll! Da kann man da rauf, Julian! Was? Oh mein Gott! Aber ich habe so einen geilen Spotter gefunden! Oh mein Gott! Könnt sich außen so gut verstecken! Ah was denn da? Wie geil! Nein Tops! Hopp! Hopp! Hä? Nein! Oh mein Gott das war knapp! Warte wo bist du? Nein! Alvironisch das richtig feindlich ist! Warte warte! Wo bist du? Wo ist sie? This summer! This summer! La 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 la! This summer! One man's journey! Nein! Okay in dem Gang ist er nicht! Ah Julian! Dein Geheimtrick war ja mal mega geil! Äh! Geheimtrick! Warte mal! Ich glaube Flofart da ist am Haus oben! Oh oh! Alter! Du musst mir übrigens mal gut machen dass man hier hochkommt gell! Jo! Und ich bin auch oben! Oh ne ich bin gefallen! Flo ist bei mir! Flo ist bei mir! Wow! Oh mein Gott! Ich werde mich nicht kriegen! Er hat mich einfach runter geschubst! Hey Julian! Hi Tops! Hi was geht? Hi was geht? Die Tops hinter dir! Hi was geht? Wo ist das? Ich bin wirklich hinter dir gewesen Tops! Äh bomb! Und jetzt? Nein! Ich bin ganz runter geflogen! Ich sehe euch gerade gell! Ey warte mal wo ist Ronja? Ich komme wieder hoch! Ach Ronja ist da ganz unten! Nein! Ok da lol! Oh Leute Tops! Er habe mich nicht gesehen! Ey ok ok! Ist er immer noch am Dach? Ist er immer noch am Dach? Nein ich bin nicht am Dach! Ok ich sage es! Ich sehe Ronja! Ok ich bin am Dach! Ich sage es! Ich sage es! Ich sage es bestimmt hier oben auf dem Balkon! Hier oben! Nein! Ronja ist gerade hier! Ronja ist gerade hier im Pool! Warte mal ist er hier? Ne hier ist er nicht! Oh nein ich ertrinke! Oh oh! Du trinkst überhaupt nicht! Du lügst! Du lügst! Doch ich war gerade wirklich fast vorhin ertrinken! Vielleicht ist er an der Gießkanne! Vielleicht! Ich sehe gerade Julian! Oh jetzt sehe ich alle! Ich sehe dich! Ich sehe dich! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh mein gott! Wo ist er? Ah ne guck chị mach da ab damit! Geh du hoch! Ich warte hier unten! Ja, ich glaube nämlich. Wo ist er? Wo ist er? Der ist im geheimen Nachgang nach oben. Wo hört der auf? Wo ist er? Mir ist es mir hier! Floriaaaaaaaaaaaaa! Oh nein, ich kann nicht spreiden. Okay. Oh mein Gott, Alter. Wo ist der vorne? Alter, das ist richtig brutal. Es ist hinten 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 hinten. Bei der Straße, bei der Straße. Au! Nein! Hopp 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 hopp! Ah! Boost, Boostops! Au! Boostops! Wo ist er denn? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ja. Ich schreie gar nicht mit dem Mädchen. Oh! Okay, jetzt bin ich erstmal safe. Alter! Oh mein Gott! Oh nein, oder nicht, aber innerlich! Alle, weil's hier blutet! Billiontisch? Bei mir irgendwo, bei mir irgendwo! Wo ist er? Ich versteh nicht. Oh mein Gott, ich bin! Ich bin! Oh mein Gott! Ich kann nicht sprint! Okay, alles klar Jungs, ich bin jetzt auch ein Sucher. Wen suchen wir? Jürgen! 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 Oh, das war das. Ey Leute, ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir bitte mal einen dicken Daumen hochzuhaben. Wenn ihr mir sehen wollt, dann macht vielleicht auch eine neue Map hier. Bis zum nächsten Mal. Lasst um den dicken, dicken Daumen hochzuholen. Schaut bitte an, aber bei Jürgen ist auch aufgenommen. Ja. Schaut unbedingt bei Jürgen vorbei. Lasst den Abo daumen. Und schreibt den Hashtag an. Ich bin schon sicher. Bis zum nächsten Mal. Tschau Leute! Ciao. Ehh. 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 B